Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. In der gestrigen Medienrunde gab es eine Neuigkeit, die durchaus einiges ändern könnte, auch in unseren Transferplanungen. Denn unser Innenverteidiger Sepp Vandenberg könnte früher als gedacht wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Gegen Augsburg hat er sich ja eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Bislang wurde eine Ausfallzeit bis weit ins Jahr 2023 hinein befürchtet. Aber bereits an diesem Freitag kehrte Vandenberg zu uns auf Schalke zurück, um sich dann mit unserem Mannschaftsart Dr. Patrick Ingelfinger zu unterhalten und eben dort einige Untersuchungen zu machen, um eben abzuklären, wie es weitergeht und inwiefern er bald auch womöglich schon wieder fit sein kann. Über Vandenbergs aktuellen Zustand hat sich nämlich auch unser Sportvorstand Peter Knebel geäußert. So wie die Nachrichten bisher aus England waren, scheint er vor der ursprünglichen Genesungszeit zu sein. Er hat einen hohen Wert für die zweite Saisonphase. Bislang hat ja Vandenberg seine Reha in England absolviert. Saisonphase Liverpool ausgeliehen und könnte ihm jetzt in der Rückrunde doch schon wichtiger werden, als man es vielleicht bislang gedacht hat. Denn natürlich wäre das unglaublich wichtig. In den vergangenen Wochen haben uns da einige Innenverteidiger gefehlt. Natürlich war die Form bei Maya Yoshida und auch bei Henning Matriciani ansteigend. Aber dahinter war es eben unglaublich dünn. Zudem werden aber neben Vandenberg auf jeden Fall Marcin Kaminski und Ibrahima Stissé noch im Dezember zurückerwartet. Und damit hätten wir dann auch wiederum fünf Innenverteidiger, was rein nominell für die Rückrunde reichen würde. Und natürlich auch noch Leo Greimel, der sich ja mal wieder am Knie verletzt hat. Deswegen klingt es dann eher unwahrscheinlich, dass noch ein weiterer Innenverteidiger kommt. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema für die kommenden Wochen. Hängt aber sicherlich auch damit zusammen, inwiefern Thomas Reis zufrieden ist mit Yoshida und Matriciani. Inwiefern Kaminski und Stissé tatsächlich im Dezember wieder fit sind und wie lange wirklich Vandenberg ausfällt. Denn eine Sache ist auch klar, Thomas Reis wünscht sich Tempo nicht nur auf dem Flügel, sondern vor allen Dingen eben auch im Abwehrzentrum. Deswegen kann ich mir trotzdem vorstellen, dass man es hier vielleicht mit einer Laie probiert, um einfach dort Reis nochmal weitere Optionen zur Verfügung zu stellen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anna Le Schalker.